Hallo, Hola aus Spanien. Mein Name ist Dr. Kerstin Joost und ich nehme dieses Video auf in Galicien in Spanien und zwar auf dem Gelände des Hotels Spa Atlantico in Ogrove. Es liegt an der Atlantikküste und ich habe mich entschieden nächstes Jahr hier Workshops und Seminare anzubieten und wollte dir ein bisschen erzählen, warum ich dieses Hotel ausgewählt habe. Ich zeige dir hier mal den schönen Garten, den Pool, Liegeplätze und hinter mir liegt ein Pinienwald. Dieses Hotel Spa Atlantico ist ein Vier-Stern-Hotel im Besitz einer spanischen Familie und der Senior Pepe hat lange in der Schweiz gearbeitet als Chefkoch. Auch in verschiedenen Kurhotels und teureren Hotels. Er kann wirklich fantastisch kochen und er hat den Laden hier im Griff mit seiner Familie. Das ist das, was mir gefällt. Das gibt mir das Gefühl von Zuverlässigkeit, sodass ich auch Vertrauen habe, hier Menschen herzubringen im nächsten Jahr. Meine Idee ist, dass ich in der Nebensaison, also im Mai und September hier Seminare anbiete und zwar zum Thema Atlantis. Ich bin ja Atlantis-Lehrerin der Diana Cooper School of White Light und ich werde nächstes Jahr sowohl Workshops geben. Das bedeutet, vormittags haben wir Kurs, nachmittags frei und eine Lehrerausbildung im Thema Atlantis. Das sind dann sechs volle Tage Teachings und du hast damit die Möglichkeit, selber eine Lehrerin zu werden, der Diana Cooper School of White Light. Wenn dich das interessiert, guck doch gerne mal auf meine Webseite www.kerstinjoost.com und schreib mir, ob du Interesse hast, dabei zu sein. Ich beantworte gerne deine Fragen und mache mir jetzt noch einen wunderschönen Sonnentag hier auf dem Gelände des Spa Atlantico in Ogrove. Sei ganz herzlich gegrüßt. Ciao! Ciao!